Jetzt wird es nicht. Schauen Sie sich die Manövriermöglichkeiten dieses grandiosen Flugzeuges an, angetrieben von vier Engine Allianz Triebwerken, geflogen heute von Peter Chandler, dem Testpiloten von Airbus, gemeinsam mit Wolfgang Schmeier, ebenfalls von Airbus. Wir sehen das Testmuster Nummer 4, die Nummer MSM 4 aus dem Hause Airbus, nachdem wir diese Woche auch einen Airbus von Emirates und den ersten Airbus der deutschen Lufthansa hier hatten, also eines aus der Testflotte. Zweieinhalb Jahre nach der Indienstellung, die von zwischen 30 Flugzeugen, die in die Flugverkehrschaften gegangen sind, haben wir wahrscheinlich nicht erfüllt. Wir sehen uns auf die 4 Engine Allianz Engines. Die Kunden haben eine選ung, die die Engine Allianz, die für diese Angriff oder die Rolls-Royce Trank. Aber Airports in der Zukunft, wie die Magnifizon und Bratnerberg International, sind hier gebaut. Die Kabine der A380 lässt sich von 400 bis auf über 800 Passagiersitzplätze konfigurieren. Der Airbus ist damit in der Lage zu selber steuern, sagen die Piloten. Trotz der Größe, dank Flywire-Wire, sprich elektronischer Steuerung, die zu vielen anderen Airbus-Typen aus der Airbus-Familie kompatibel ist, man kann einen A320 oder A330, A340 Piloten innerhalb von zwei Wochen auf dieses grandiose Flugzeug umschulen. mit der order für 32 neue Airbus-Familie von Emirates. Das hat gerade hier in der A320, A380-Familie nun hat über 234 Firm-Familie, zu 70 Kunden. Das hat gerade hier in der A320-Familie, mit der A320-Familie, mit der A320-Familie, mit der A320-Familie, inzwischen konnten fast 5,5 Millionen Passagiere einen Flug an Bord des Airbus A380 genießen. Luftfahrtgesellschaften betreiben inzwischen dieses Flugzeug. Singapur Airlines, Emirates, Grandas, Air France und seit voriger Woche ja auch die Deutsche Lufthansa zählen dazu. Und sie berichten entsprechend den sehr glatt verlaufenden Indienstellungen darüber, dass sie eine sehr hohe Auslastung dieses Flugzeuges verzeichnen können. Wie es innen drin aussieht, können Ihnen die Moderatoren leider nicht sagen. Sie wollten heute Vormittag dieses Flugzeug mal von innen betrachten, um Ihnen mehrere Eindrücke darüber zu vermitteln. Aber leider hat uns Airbus den Zutritt nicht gestattet. Ich hoffe, dass die Airbus-Vertreter das jetzt auch hören und eventuell dort Konsequenzen sehen. Wir sehen uns erst mal in der Woche. Sehr gerne, Airbus und Airbror. Test aircraft, das ist MSN 04. Es ist als ein Flugzeug testbed, wenn Sie mögen, bei Airbus. Das ist wirklich ein Quantum-Leap in der Erliner-Designung. Nicht nur reduziertes Geräusche und verbautes Passenger-Comfort, es ist auch unglaublich effizient, mit der höchste Passenger-Bereiniger-Mil, wenn Sie mögen, von allen Erliner in der Welt. Es ist reduziertes Pohlen und, natürlich, weil Sie Angst haben, diese Airbus-Vertreter, es ist auch reduziertes Pohlen-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger. Sehr gut ist auch die Kosteneffektivität. Airbus A380 hat einen geringeren Kraftstoffverbrauch pro Passagiersitz und Kilometer als die vergleichbaren Konkurrenzprodukte. Er ist leiser, kommt mit einer kürzeren Leitestrecke aus und ist inzwischen auf jeder 100-Klug jetzt bis zu Hause gelesen. Er ist eine umfassende Flughafte-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger. Kürzer-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bereiniger-Bere